Der Frieden von Bukarest wurde am 28. Mai 1812 in Bukarest zwischen Zar Alexander I. und dem osmanischen Sultan Mahmud II. geschlossen. Er beendete den seit 1806 anhaltenden Sieben-Russisch-Türkischen Krieg zwischen dem Russischen und dem Osmanischen Reich. Auslöser des Siebte-Russisch-Türkischen Krieges war die russische Besetzung der unter osmanischem Einfluss stehenden Fürsten Tümer Moldau und Wallachai. 1806 Konstantinopel erklärte daraufhin dem Russischen Reich am 24. Dezember 1816 den Krieg. 1812 war der russische Zar zur Vermeidung eines Zweifronten-Krieges zu einem raschen Frieden gezwungen, denn der Einmarsch Napoleon sieh. Nach Russland stand bevor. Mit der Friedensvereinbarung von 1812 erhielten die Russen Territorien im Kaukasus sowie eine Hälfte des Fürstentums Moldau. Das spätere Bessarabien zugesprochen. Die Grenze zwischen dem Osmanischen und Russischen Reich verlief ab 1812 nicht mehr am Denista, sondern rund 100 Kilometer weiter westlich am Prut. Für diesen Territorialgewinn verzichtete Russland auf die osmanisch beherrschten Donau-Fürsten Tümer Moldau und Wallachai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017